Musik Es ist Mittwoch und damit Zeit für Ihre DOZ-News. Willkommen hierzu. Jäger tauchten Mainz in Orange. Donnerstag erstrahlte Mainz in Signalfarben. Fast 800 Jäger hatten sich am Hauptbahnhof getroffen, um mit einem beeindruckenden Protestmarsch zum Umweltministerium Aufmerksamkeit auf das in Arbeit befindliche neue Landesjagdgesetz zu lenken. Das rot-grüne Machwerk hat DOZ-Jurist Dr. Heiko Kranzin bereits in der September-Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung in großen Teilen zerlegt. Am Ministerium selbst übergab LJV-Vorsitzender Dieter Maher eine überhundertseitige Stellungnahme an Dr. Erwin Manz, der in Vertretung seiner grünen Ministerin Katrin Eder ins Feuer geschickt wurde. Immerhin versprach der Staatssekretär, die Stellungnahme auszuwerten. Alleine die Hoffnung auf eine deutliche Anpassung der Gesetznovelle an die Erwartung der rheinland-pfälzischen Jäger bleibt zweifelhaft. Das Gesetz soll im Sommer 2024 in Kraft treten. Luchse nach Sachsen. Aktuell leben deutschlandweit etwa 130 ausgewachsene Luchse in drei voneinander isolierten Populationen. Und zwar im Harz, Nordostbayern und Pfälzerwald. In Sachsen soll nun ein weiteres Vorkommen aufgebaut werden. Wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilt, sei nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten mit der Ausnahmegenehmigung der oberen Jagdbehörde ein erster Meilenstein im Projekt erreicht worden. Damit könne die Aussetzung von geeigneten Katzen, die genetisch der Karpatenpopulation zugerechnet werden, gezielt vorbereitet werden. Es wird von bis zu 20 Exemplaren gesprochen. Das Aussetzen soll ab Frühjahr 2024 im Staatswald des Forstbezirks Eibenstock im Westerzgebirge zunächst mit Wildfängen aus der Schweiz beginnen. Es sind aber auch Gehegetiere aus dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm sowie Waisenluchse vorgesehen. Der Zeitraum der Auswilderung erstreckt sich nach Ministeriumsangaben bis Ende 1927. Wölfe im Fadenkreuz Nach mehreren Nutztierrissen im Oktober hat die Regierung von Unterfranken nun dem Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön zugestimmt. Die Genehmigung ist bis zum 9. November 2023 befristet und räumlich auf das Naturschutzgebiet Langerhön sowie im Umfeld der Ortschaften Frankenheim und Oberweißenbrunn begrenzt. So eine offizielle Bekanntmachung. Die Abschüsse seien in diesen Gebieten jeweils beschränkt auf mit Weidezäunen umgrenzte Flächen mit Nutztierherden sowie einen Radius von 1000 Metern um diese Weiden. Derzeit legen weitere Anträge auf Abschuss einer Wolfsfehie in den Landkreisen Aschaffenburg, Main-Spessart und Bad Kissingen vor. Die Regierung von Unterfranken habe die rechtlichen Voraussetzungen geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass wir das Gebiet des Untermains und den Landkreis Main-Spessart diese derzeit nicht vorlegen. Eine Wiederholungsgefahr hinsichtlich des Reisens von Nutztieren sei hier derzeit nicht zu erwarten. Verordnungsnovelle mit Pro und Contra Wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium zum Ende einer Verbandsanhörung bekannt gab, seien die Eingaben inzwischen weitgehend ausgewertet. Insgesamt habe es viel Zustimmung zu verschiedenen Punkten gegeben. Positiv sei von den Verbänden die geplante erhöhte Aufwandsentschädigung für Prüfer bei Jagdkursen sowie der vorgesehene jährliche Schießübungsnachweis für Jäger bewertet worden. Und auch die Einführung eines landesweit gültigen jagdlichen Ausbildungsrahmenplans zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung sei mit Zustimmung zur Kenntnis genommen worden. Bei der Frage einer Einschränkung in Sachen Nutrierjagd sei allerdings von der Mehrheit der Verbände vorgebracht worden, dass der Hochwasserschutz gefährdet werden könnte. Vor diesem Hintergrund werde das Agrarministerium die im Rahmen der Anpassung vorgeschlagene Formulierung streichen. Das bedeutet, die Nutrier sollen weiterhin, wie auch in der derzeitigen Verordnung festgelegt, ganzjährig bejagt werden dürfen. Dann nichts wie raus und dem Sumpfbiber auf den Pelz rücken. Nicht nur hierbei wünsche ich Ihnen viel Waldmannsheil. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020